Was ist das jetzt hier, der Markenplatz, Rathaus, oder? Ja, das ist für einen Schuss. Ich habe einen Schuss, aber ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Musik 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 Es ist so voll hier durch den Markt, der sich durch die ganze Stadt zieht. Wenn man sich gar keinen Ort rum verschaffen kann, müssen wir die Stände alle weggehen. 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 Diese walls again. Das war's für heute. Da steht da irgendwas dran, von wann das Haus ist. Ich finde diese Bemalung da um die Fenster richtig gut. Ich bin einer, der ihr in die Fenster hat. Ich bin einer, der eine Flüge ist. Ich bin einer, der das sehr gut ist. Ich bin einer, der ich liebe, die Fenster, die Räuner und die Flüge sind. Wir hätten mal gesagt, du lässt dir aber auch alles auslabern. Und was ist das Besondere an dem Turm? Schöner Turm. Wo sind wir hier? Steinhausen. Also Steinhausen, die schönste Wallfaltskirche von Deutschland. Und weiter geht's auf dem Weg zum Frühstück.